halli hallo allerseits und herzlich willkommen zurück so wir suchen und suchen und wie heißt das immer so schön wer sucht wird finden dann hoffen wir doch mal dass es hier beim sommer zutrifft dann haben wir mais gefunden auch wenn wir da jetzt gerade nicht so viel mit anfangen können aber ein bisschen was nehme ich hier auf jeden fall mit seines bast seine bar das gebäude kenne ich so auch noch nicht parkhaus das hoffen wir uns immer nicht zu bücken nach den pfeilen gnädig von von der anderen seite fand ich das parkhaus schön aus da müssen wir jetzt mal ein schönes bildchen machen wo wir das jetzt komplett hier durch forsten so so gehen wir mal rein gucken wir mal erst mal hier schon mal reparieren ich sehe die rezeption und mein auto abholen so jetzt haben wir auch hier eine halbe rolle unter uns hinter uns hier da kommen auch noch mal zwei hier und hier und hier So, einer weg. Auf jeden Fall noch einer anlatschen, ey. So, noch einer weg. Äh, jetzt mal ein paar Schritte abschlagen, wenn wir. Oh, wir haben ja gar keine Falle mehr. Ach, die Minnow. So, hier. So, hier wollte ich mir die Falle ersparen, ne? So, ist jetzt gut gewesen hier. Ich wollte doch lediglich mein Auto abholen, da. Da kommen die hier gleich mal ganz in Belegschaft. Mann, mir erschreckt mich doch nicht so. Kommt da ganz klammheim, wie in die Ecke weglaufen. Junge. Oh, scheiße. Oh, da liegt ja noch einer. Also, ich weiß, wo die Stahlpfeile ich finde. Die bringen schon echt Wiesen nicht mehr. Ja. Oh, ich weiß, wie in die Stahlpfeile ich finde. Was ist das hier eigentlich für ein Stahl? Äh, Beton. 2500. Ja, okay. Hm. Und? Ja, mein, ne? 90-Protronen sind jetzt ja auch nicht so was Schlechtes. Na, logischerweise hofft man jetzt ja so ein bisschen mal hier... ...endlichen Schraubenschlüsse zu finden, ne? Ich hab's schon fast gesagt. Ich will was sagen. Geben wir mal, dass da eben von mir was zu hören. Oh, scheiße. Das hätte böse enden können, ey. Hier in der Ecke. Wenn die da ganz klangreich nicht durchgekommen wäre. Da ist noch ein Safe drin, ne? Da kann ich schon wieder einer haben. Sehr schön. Schon wieder ein Level Up. Level 31. Also, ich mein, über die Bedienung kann man sich ja nicht beklagen, ne? Es ist ja nicht so, dass hier wenige wären. Es ist ja eine Menge Personal hier. Kann doch gar nicht sein, dass ich den eben verfehlt hab. Aua. Kommt schon wieder so einer klangheimlich vom Händen. Mh. Mh. Was ist mit Zielen? Das lässt mich, glaub ich, noch mal üben. So wollte ich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam wird es mir irgendwie zu voll. Und ich hab auch fast irgendwie so blöde Vermutung, dass wir hier nix so wirklich finden. Mh. Mh. Der nächste wieder ansplitzen. Und langsam nähern sich auch unsere Pfeile dem Ende. Und langsam nähern sich auch unsere Pfeile. Und langsam nähern sich auch unsere Pfeile dem Ende. Madame, die ist geschlossen. Du Scheiße, ey, wo kommen die denn alle her? Ich soll doch treffen, ne? Dass wir das Ganze ein bisschen einfacher machen. Dass ich jemand ein bisschen mehr treffen würde. Boah, da kommt wohl der nächste anspitzen. Wo kommen die denn auf einmal alle weg? Da kommt ja schon die nächste da hinten. Oh Scheiße, ist schon wieder Pfeile leer. No, hier mal nehmt. Äh... Äh... So... Jetzt erstmal hier Steinpfeile, 30 Stück erstmal wieder fertigen. Ist ja auch nochmal. Ihr Lieben, werden wir hier wieder lebend herauskommen. Ihr werdet sehen in der nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao. Ciao.